Giselle, ist da überhaupt was drunter? Ja, aber es ist voll. Ich hab grad nicht dran gedacht. Ist das jetzt schon in der Schüssel drin? Du kannst in aller Ruhe wieder, es ist frei. Ja, ich war aus Versehen auf Toilette und es war schon voll. Die Ladies Toilette sieht halt etwas chaotischer aus wie unsere. Oh Gott, ey! Auch ist die Toilette so voll oft, dass es schwer ist, sie zu leeren. Voll, bis oben hin. Ey, tut mir leid, Matthias. Dann mach's nicht. Dann lass, wir gehen alle auf die Herren. Fick dich. Was hat der jetzt gesagt? Oh, ich film noch aus, ich seh's schon. Ja, aber wir Jungs können ja auch unsere Dings regeln. Ich kann das auch noch mal machen, das ist kein Ding. Ernesto macht auch noch mal. Und die Mädels machen einfach ihre. Und die Mädels machen ihres, okay? Ja klar, also was, was, irgendwie eine Lösung müssen wir doch finden. Ja, aber, also wir sind ja immer noch Frauen. Weiß nicht. Was? Was? Was denn? Ja, warum lachst du so? Ich lach einfach. Das können mich doch alle machen. Das geht mir so was von auf, die Nerven. Sorry, so ein Mann braucht keine einzige Frau. Wer bist du, um zu sagen, fick dich bei dir? Wer bist du? Wer bist du? Gar nicht. Kevin. Komm du, Fahrer. Okay. Ich weiß hundert Prozent, dass er das nicht so meint. Deswegen habe ich ihn auch angesprochen. Nicht jeder versteht diesen Spaß. Und wenn du siehst, dass jemand diesen Spaß nicht versteht, dann macht man das auch nicht. Sag nie mehr auf Spaß zu einer Frau in einer Sendung, fick dich. Hast du dann? Die ganze Zeit, dieses Macho-Getur von den Jungs. Was ist das? Was denkt ihr, wer ihr seid? Und dann lacht ihr mir noch auch ins Gesicht. Fick dich geht nicht. Was hast du vorher zu Karina gesagt? Ja, ich war nicht. Verstehst du, das geht nicht einfach. Ja, ich sag mal drüber. Genau, das zum Beispiel, dass du Einsicht zeigst. Also Macho-Getur hoch 1000. Sag einfach, tut mir leid, das fand ich zu gemein. Ja. Willst du es machen? Ja, geh. Was? Mach das einfach nur. Ja, okay, komm, geh, ich mich entschuldige. Ja, weil das ist eine gute Sache. Warte mal. Karina, tut mir leid, dass ich fick dich gesagt habe. Ist okay. Tut mir leid, ehrlich. Calvin, ist wirklich okay. Na, sag, okay. Ja, passt schon. Ja, passt. Ehrlich, du. Ja, passt. Alles gut. Nichts gegen Frauen. Ich mag Frauen. Aber die machen schon manchmal das Leben schwer, die Mädels. Fluch und Segen zugleich. Aber deswegen liebt man sie auch. Fransland entschuldigt sich jetzt, wir ist fick dich. Ja? Calvin, ja. So kann NSM auch selber sein. Ja.